Hi zusammen, schön, dass Sie wieder da sind. Also heute wollen wir ein neues Video teilen, und zwar es geht einfach um Objekte von Blender zu löschen. Und wir öffnen eine neue Datei, um die Sache einfach loszulegen. Wir löschen erst, wir beginnen hier einfach dieses Objekt hier zu löschen, indem wir einfach auf X drücken und dann wird es löschen. So haben Sie schon gelernt, wie man die Sache löschen kann. Wir fügen einige Objekte wieder hin, und dann können Sie zum Beispiel sehen, wie Sie weitere Sachen einfach so löschen können. Momentan haben wir eine Google-Google angefügt, wir können zum Beispiel verschieben, wie wir einfach haben wollen. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, nicht nur zu verschieben, sondern wir können auch einfach so vergrößern, skalieren, wie wir wollten. Und Sie sehen schon, wie es aussieht. Also für Kleine und Vergröße haben Sie die Möglichkeit, und wir können zum Beispiel nochmal weich machen, um zu plizieren, wie wir einfach wollten. Wir können eine andere Datei positionieren, und nochmal ein bisschen skalieren, wie wir haben wollten, und weich nochmal machen. Und wir haben die Möglichkeit, nochmal zu löschen, die Perspektive auch zu ändern, wie wir wollen. Also, momentan ist es Auto, und wir können einfach gucken, wie es jetzt aussieht. Sie können zum Beispiel unsere Kamera nach vorne drehen, um besser zu sehen, wie es aussieht. Und Sie können zum Beispiel auf der leichten Seite auch drehen, um zu sehen, wie es aussieht. Also Sie sehen es schon, Sie können noch weitere Sachen, nochmal ein bisschen skalieren, wie Sie wollen. Und von daher, sehr schön. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, nicht nur zu skalieren, auch zu drehen, zu verschieben, wie Sie wollen. Jupitieren haben wir auch gelernt. Und wir können auch Objekte zusammenführen, und von daher, sehr schön. Und wir können auch die Sachen zum Beispiel löschen, wie wir wollen, indem Sie einfach mit X, das ist der Wurzel, einfach X draufdrücken. Oder Sie können zum Beispiel hier löschen, wie Sie einfach wollen. Sie sehen es schon, damit können Sie auch löschen. Ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben.